Es ist Mamoru Hosoda mit Vornamen. Ach du heilige Scheiße. Okay Leute, ihr merkt schon, es wird langsam. A. Es ist Karl Josef. Es ist B. Animania Kugelschreiber. Es ist C. Michael Roski. Oder es ist D. Mamoru. Haha, wow, wow. Okay, das ist... Müssen wir doch verarbeiten oder das Publikum? Publikum bitte, Janis verraten. Es kann ja auch sein, dass Christopher nicht gewinnt und dann hat jemand anderes die Chance, die Sachen zu bekommen. Denkt doch mal drüber nach. Seid doch schrau. So, jetzt. Christopher. Denkt nach. Wie heißt Mamoru Hosoda mit Vornamen? Hast du eine Idee? Das Publikum. Ich schließe jetzt einfach mal ein bisschen aus. Ich glaube, die meisten wollen, was ich B sage. A. Karl Jürgen. B. Kenne ich nicht. B. Könnte sein. Stichstücker Wort. Weil das Publikum das sagt, B. D. 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 O. Vielen Dank.